Die dritte Option, es sollte dir eigentlich schon bekannt sein, du schreibst das Ganze selber, entweder halt mithilfe der Interviews, die du gemacht hast oder halt mit der zweiten Methode, indem du die Stichpunkte von deinem Partner schon festlegen lässt und dann halt eben den Text ausfüllst, so wie es für dich Sinn ergibt. Und falls du aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund nicht wissen solltest, wie man selber schreibt, die Lehrvideos dafür habe ich ja schon in meinem Amazon KDP Megakurs veröffentlicht, damit du nicht so lange suchen musst, unter dem Aufgabenvideo hier, also sprich ab dem übernächsten Video, gibt es mal die Bonusvideos für Phase 1, 2, 3 und 4 und meinetwegen solltest du Schreiblokalen haben, da gibt es auch nochmal ein Video zu, wie du das Ganze überwinden kannst. Und eigentlich muss ich da wirklich nicht mehr viel zu sagen, wie du selber schreibst, solltest du eigentlich schon von mir gelernt haben oder schon selber wissen.